Neville kam vorbei und blutete aus allen Körperöffnungen. Rattengift oder so hießen die. Ich dachte mir, es gibt ja auch Ratten-Schwänze, die so schön sauer sind. Oder weiße Mäuse, die so Marshmallow-mäßig sind. Oder Milchmäuse, die aus Schokolade. Und da kann Ratschengift ja nur lecker sein. Neville kostete Blut und Organe vor Harrys Füße. Sag mal Neville, brauchst du das Herz nicht noch? Weiß nicht. Hermine kam mit einem Boilerwagen voller neuer Bücher vorbei. Hä? Oh, ist Neville schon wieder tot? Ja. Was ist es denn diesmal? Rattengift. Man kann von Rattengift sterben. Ron war hinter Harry aufgetaucht. Ja, man kann sogar von Salz sterben. Draco Malfoy, der gerade dabei war, seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nämlich Seiten aus Büchern rauszureißen, blickte auf. Echt? Echt? Vielen Dank.